Ich nehme schon auf hier. Ich nehme auch auf, was willst du einbauen? Ja, das wirst du sehen. Verschlucke ich mich ja fast an meinem Tee. Der ist drauf, das weißt du. Du trinkst Tee? Davon brauche ich die Facecam. Einen 1080p bitte. Lund für einen Teetrinker. Es wird hier geladen, geladen, beladen. So, suchst du uns wieder LTS raus hier, oder was? Soll ich schon suchen? Ich such schon mal. Ja, such schon mal. Mach du mal, ich such hier mal meinen... Vielleicht bin ich ja Bad Boy oder so mit dem Chimp oder so. Meinst du, da ist jemand online? Das ist heute kein Buch nennen. Echt? Ja. Die haben auch alle nichts zu tun, ne? Meine, nicht meine Jobs. Mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Morse Mutual Insurance, wie können wir dir helfen? Ich denke, wir können das zu tun. Nimm mal. Wir sind die Holzfäller. Wir sind die Holzfäller. 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 Holzfäller, Horst. Bist du, Horst? Horst. Horstfallerer. Horstfalle. Oh, ist das schön hier in GTA. Mensch, die Sonne geht gleich runter. Holzfäller, der ist mit zwei Teams rund um den Wald in Paleto Bay. Meinst du, du hast eine Chance, wenn's um Solz geht? Äh... Halt deine Augen... Auf nach... Ne, halt deine Augen nach Waffen und Fahrzeugen offen, um diesen Kampf für dich zu entscheiden. Du meinst, du hast eine Chance. Ach, ne richtige Chance. Mensch, die Bremsen bei diesem Fahrzeug sind ja... Boah, hier steht er. Mein Lamborghini. So, den habe ich wieder. Ich hoffe aber, das nächste Mal steht er auch in meiner Garage, wo er hingehört. Zack, Einstellungen... Eine Freundin... Was? Aktu? Aktuelle. Aktueller Sitzung. Aus! Aktu! 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 Scootubidu! Ich bin der König vom Affenstall. Affenstall? Kennst du Dschungelbuch nicht? Was wirst du tun für'n Vogel? Ach... Hä? Natürlich, singt er. Scootubidu! Ich hab dich eingeladen... Waaah! Er rastet wieder aus... Oh, jetzt komme ich nicht... Oh, ich komme eh nicht von dir, Bull. Und dann kann ich die Einladung ja auch... Ne, ist nix. Da... Du bist eingeladen bei mir. Oh, Scootubidu! Ich bin der König vom Affenstall! Babababababab! Ja... So... Du weißt schon, dass ich da jetzt einen Affen einblende, ne? ja im besitz von die original 10 und packt deine stimme im hintergrund ja mach doch morgen kommt ja richtig weg einen keks hast du es ein keks ja bisschen keks es jetzt mein keks ist mal ein keks da die zwei richtig eklig aus den halte ich jetzt vor der kamera vor der kamera scheiße habe ich meine neue waffe nicht geholt mit der ich dich abrufen wollte ja du bist auch so ein autofobus das klingt aber verdammt ekelhaft ne schmeckt aber so hat von geil das will aber keiner sehen hier wie doch deine frauen wieder abrufen du und deine frauen wieder meine frauen ja so und da 1 last team standing erstmal hier schütteln schüttel dir mal ein ist klar und den alf abknallen mit panzer so wo ist denn der trottel nö mit panzer ist er richtig eklig das hast du dir schon wieder ausgesucht er ist der könig vom appen geil ich komme und hol dich mein freund helfer als buschen er schießt er mit seinem panzer ich denke das sind lenkraketen was soll denn das hilfe hilfe scheiße hilfe geblieb überkehrung überkehrung du musst auch so eine was versucht er denn da süß kann ich mit hinfliegen was macht er denn ich muss ja eigentlich warten bis die rot sind ne um das habe ich nun tausend achthundert achtzig bekommen und hab bestimmt hier an Munition 10.000 rausgehauen gerade. Du bist ja doof. Ja. Ich hatte Angst, dich zu nahe kommen zu lassen. Er springt da raus, der Idiote. Holzfäller. Gebüß die Verschreitung, du bist aus dem Gebiet, ey. Das ständig verschitten wird. Ach, hör auf. Hör auf zu schnacken. Hör auf zu schnacken, Kopf in den Nacken. Amenakoy. Amenakoy. Hoi. Oh, er nimmt auch einen Gebel. Da schießt er schon wieder. Nein. Der Alfred. Da unten. Was ist er denn, ey? Bist du denn? Spannend, spannend. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Ja, jetzt ist er ausgestiegen, der Frech. Zacks. Dein Controller klackert. Meiner? Ja. Deiner. Ach, du bist ein Controller. Deine PS4 ist ein Film. Tja, ja, ist ein guter Film, ne? Machst du denn da oben? Machst du denn da oben? Die da oben. Seh dich ganz genau. Kannst mich auch. Das ist ja kein Headshot von mir. Kannst mich mal. Machst du mal für Karte gucken. Ja. Wieder da oben. Eigentlich irgendwo beim Haus da oben. Wo bist du denn da? Wenn ihr jetzt sehen wollt, wo Alf Puschen sich befindet, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist... Nein! Da ist der Link von seinem Gaming-Kanal. Irgendwo war hier Alf Puschen. Nein! Scheißen Dreck! Ja, der Penner, ey. Jawohl. Na? Ja, wenn ihr sehen wollt, wie er das gemacht hat, müsst ihr auf Pax Trader vorbei sein. Gucken. Vorbeisausen. Vorbeisausen. Ja. Junge. 1-1 und scheiß hier. Vier Runden oder was hast du gemacht? Wer zuerst drei gewinnt, glaube ich. Drei. Das 1-0 war am besten bislang. Also 1-1. Ach, das 1-0 war geschenkt. Wieso war das geschenkt? Dass ich rausgesprungen bin. Prima raus... Prima rausgeholt, ja. Mö. 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 So, nehmt er wieder ein Heli, nehmt er. Nehmt er wieder ein Heli. Oh, nehmt er, nehmt er tatsächlich Stricherjunge. Er ist ein kleiner Stricherjunge. Oh, 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 Stricherjunge. Und er nimmt auch einen Heli-Mann. Und fliegt jetzt irgendwo rum. Oh, oh, ein kleiner Stricherjunge. Ein kleiner, kleiner Stricherjunge. Und ich seh da oben, alt. Der da jetzt irgendwo aussteigt, glaub' ich. Ja, und jetzt wahrscheinlich sein scheiß Dings raus holt. Wo mein Dings raus? Alter, was ist denn das für ne Map? Die schießen hier auf mich. Richtig so. Ich hab grad die Hälfte verloren hier an Leben. Die Beatsüberschreitung. Ich hab andere Sorgen als dich. Die sind auch auf mich. Wo ist er? Nein! Ja! Wieder der scheiß Falsche. Ey, ich, weißt du, ich lande da dann mit dem Helikopter und die fangen gleich an, auf mich zu ballern. Richtig so. Nee. Du bist der Sheet? Ach, du bist der Sheet. Aber 2-1 jetzt, ne? Hast gesehen, wie es geht, ne? Ja, ich komm jetzt nochmal ran. Hab ich den wieder abgeknallt. Wie geil! You, wie, you, girl. So, lass das mal mit den Helikoptern. Das liegt dir eh nicht. Wieso? Weil du immer verlierst, wenn du fliegst. Bin die ganze Zeit geflogen. Auch in der zweiten Runde, wo ich gewonnen hab. Nee, das war ein Bodenkampf. Ja, aber wie sind sie erst geflogen, Beine? Ach, du fliegst hier gleich. Stricher, jung. Oh, Stricher, jung. Und er fliegt wieder. Und er fliegt auch wieder. Du bist ein Stricher, jung. Dann schickst du eigentlich meinen Brief ab. Setz ab. In Form einer Kugel. Ey. Bin ich gespannt. Ach, die Map ist scheiße. Nur weil du nicht Ferdis flinken kannst. Goofy. So ein Freak ey. Oh, ich schieß dich wieder ab. Das weißt du nicht? Ja, mach doch. Wenn du mit Heli kommst, dann schieß ich dich ab. Ich schieß dich ab. Oh, ich schieß dich. Schieß dich ab. Und er kommt wieder mit Heli. Jawohl. Oh, scheiße. Jawohl. Ich hasse Helis. Jawohl, Tki. Mach ich jetzt gewonnen. Match Gewinner, jawohl. Wieso bist du eigentlich immer schneller im Heli als im ich? Als im ich? Als im ich? Als im ich? Ja. Alf. Ach, Alf. Ach, Alf. Ach, Alf. Ich dachte du hast Fachabi. Du scheiß Tee trinker, du. Bohrt er in der Nase und nimmt den in den Mund. Du, 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 du Mund. Schluck. So. Gefällt gut. Dann machen wir hier gleich noch eine Runde rauf. Die gleiche? Ich die gleiche. Ich wollte jetzt sagen. Die war kacke. Ja, die Map war scheiße. Aber eigentlich war die gut. Ne, die Map war scheiße. Ja, viel zu weit entfernt und man muss erst fliegen und so. Nein. Nein. Leise rieselt der Stille. So, welches? Oh, hier, da, Del Pierre. Wo ist Del Pierre? Unten Mitte, Mann. Ja. Da steht Del Perro. Del Perro Pierre. Ja, aber das Pierre kommt nach Perro und Perro hast du nicht. Du bist so ein Stricker. Keine Ahnung. So. Meine Meinung. Mein Wort zum Freitag. So, ich mach jetzt hier, lalalalalala, erstmal Radio aus. Jetzt mach ich vier Runden. Das geht hier immer einigermaßen schnell. Ich versteck mich jetzt lang. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange? Ja. Hier ist mein Keks. Es ist mein Keks. Ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne... Wie, wer tritt bei? Wer ist ein Fail, King Kong? Wie, wer tritt bei? Hier tritt keiner bei. Okay. Wer verlässt. Starte. Los, starten. Hab ich schon. Und ich wohne in dem Deich. So, der Pierre. Hier. Last Team standing. I believe, fucking fly. Boom. Sein Controller knackt. Dein Mikrofon knackt. Du bist ein Knack-Gesicht. Du bist ein Knack-Gesicht. Er snipert schon. Ich weiß wohl, dass ich dich jetzt abschieße, ne? Er fährt mit Auto. Lächerlich. Er fährt nicht mit Auto. Lächerlicher. Oh, wie ich das gerade hasse. Lächerlich. Gibt er dumm. Er snipet wieder irgendwo. Seh ich doch. Oh nein, er kommt! Oh nein! Ja, du bist oben. Ich bin da hingekommen. Wo oben? Ich bin da. Wo willst du das denn wissen? Nein! Nein! Jawoll! Da lag auf einmal was, was ich übersehen hatte. Das muss ich mir angucken. Ja. Kann auch sein, dass es meine eigene gewesen ist. Aber das hätte da gestanden, ne? Dann. X-Meister Oladiblub. Mr. Herr Lubiriel hat mich getötet. Jawoll. So. Jetzt mach ich dich fertig. Jetzt machst du mich nicht fertig. Nö. Oh jo 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 oooh oppressivin прият modellivin das lässt du oh yeah der ist da hinten schon wieder der Alf Puschen, der ist aber schnell heute Alf Puschen ist nicht so schnell Snipe da bestimmt, sehe ich doch so ein Stricherjungen so ein kleiner Stricherjungen da trufst du mich? da rennt er nein nein voll die 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 Tommese Maschinen Gun. Genau, Key. Nein! Scheiße! Eintreffer hatte ich, ne? Ja, aber nur ein Ei. Ach, die Map ist scheiße hier. Eine Wunde an der Backe oder so. Ach, du bist eine Backe. Arschbacke bist du. Arschbacke. Halt Puschen, was ist heute los? Wieso? Ja, komischerweise, sonst schlag ich dich immer, ne? Ja, deswegen ja. GTA ist eigentlich dein Spiel so. Liegt an den Maps heute. Such da wieder nach Ausreden. Ausreden. Du bist die Ausrede. Ausreden. Sag einfach, du hast schlecht geschlafen. Ich hab... Ich hab... Ich hab'n Huaha. Ich hab'n Huaha? Huaha. So Alfie, wo rennst du jetzt schon wieder hin? Heine. Hier, Leunefrechtox. Oh. Er snipet wieder. Du soo'n Stricherjung. Soo'n Stricherjung. Soo'n Stricherjung. Sooo'n Kleiner Stricherjung. Ich hab nen Ohrwurm wegen dir. Ich bin richtig ein Jung. Ach, hast mich nicht getroffen. Oh, das ist ne Blume. Sah aus wie du. So, da hat er's. Ein blindes Hohn findet auch mal nen Korn. Ja, das war ganz schön einfach gerade die Runde hier. Runde 4 Del Piero Pierre. Siehst du, so läuft das. Hehehehe. Next round. Next round. A, O, B, C, D. Machst du den Deckel drauf. Machst du den Deckel drauf. Ach, pass auf. Ich komm, das ist ein fetter Ausgleich hier. Ausgleich? Ja. Kannst du dich nicht richten oder willst? Runde 5? Bei was? Jetzt 3-1? Ja. Wieso machst du so viele Runden? Ja, weil ich gut bin. Boah. Ich hab trainiert. Ja, ich merk das schon. Mit deinem Level 36. Lalalalalalalala. Lächerlich. Hab dich einmal getroffen? Nee. Doch. Nix zählbares. Nein. Das kann doch nicht. Alter. So ein Rotz. Der ist so lahmarschig, wenn er die Waffe hat. Anstatt erst in Deckung zu gehen und dann nachzuladen. Nein. 9.180 Dollar. Ich hab 14.670. Ja. Ja. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie das ans aussah, wisst ihr wo ihr hingehen müsst. Spacks. Trader. Link unten in der Videobeschreibung. So gefällt gut. Gleich Autorennen oder was? Gleich Autorennen? Ja. Jetzt wann? Wie? Wo? Ja, die Folge geht ja jetzt schon 20 Minuten. So, in der nächsten Folge gibt's dann Autorennen oder wie? Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. So Leute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss und out. Wiedersehen!